Ich hatte ja vor dem Spiel auf ein 2 zu 1 für die SVE getippt und du Martin? Ein 2 zu 0, wobei beide Tipps ja noch drin sind. Jetzt die Chance für Offenbach und die Führung durch die Nummer 13. Lukas Hermes war das, der hat das Ding da an die Unterkante der Latte und schon bestätigt es 0 zu 1. 1 zu 0, war auch das Endergebnis gesichert, den ersten Dreier der Offenbach. Und dann gibt es jetzt hier den Elfmeter nach Foul an Sinan Tekerci in der 64. Spielminute. Schiedsrichter gibt Gelb obendrauf. Seinen Elfmeter gegen Mainz hat er reingemacht und hier macht er es auch. Und damit steht es 1 zu 1. Wichtiger Treffer, das sehen wir auch alle Auswechselspieler, laufen aufs Feld. Ball bleibt bei Offenbach, gibt es dann nochmal den Abschluss. Ja und das ist das Tor und das ist der Lucky Punch und das ist der Sieg für die Kickers.